herzlich willkommen zum towercast 247 heute wieder in der semi retro besetzung ich sag erst mal hallo addys moin flo und moin da draußen denn wir besprechen heute zeitgleich ein klassiker und eine neu veröffentlichung auf der nintendo switch und jeder der auf den folgentitel geschaut hat weiß wir reden heute über das super mario rpg und zwar haben wir beide uns das remake gekauft und angeschaut und wollen heute ein bisschen darüber sprechen auch ein bisschen im vergleich zum klassiker den manche von uns einer von uns gespielt hat und einer von uns nicht und ja jetzt gleich mal vorweg gefragt addys warum hast du das nie gespielt steigst direkt so ins thema ein ich dachte wir quatschen erst mal ein bisschen über nee nee du willst du willst direkt zur sache kommen also ich habe das nie gespielt weil das ja in deutschland nie erhältlich war offiziell also es war ein super nintendo spiel das aber sehr spät also ich habe eigentlich sehr viele super nintendo spiele aus der spätphase der konsole mitgenommen allerdings das nicht weil es davon nie eine offizielle deutsche übersetzung gab und ich zu dem damaligen zeitpunkt noch nicht so gut englisch konnte oder auch mich mit import modulen und so nicht rumgeschlagen habe ich wusste immer dass es das spiel gibt hat mich auch sehr gefreut dass das remake angekündigt wurde weil ich das durchaus interessant fand und da man eine lücke schließen konnte und dass ich das dann tatsächlich nicht nachgeholt habe später liegt geschicht untergreifend daran dass das super nintendo original heute fast unbezahlbar geworden ist also es sind sehr teures spiel als eben sehr rar ist und ja das waren so die wesentlichen gründe aber du hast doch das das nes mini bestimmte oder tatsächlich nicht nein echt nicht das hätte ich jetzt gedacht dass du dir das damals geholt hättest ja das ist irgendwie da war ich noch nicht so auf dem retro trip irgendwie drauf und dann habe ich mir ich habe ja ein super nt also diese diese edel hardware retro konsole von analog mit der ich ja original super nintendo spiele spielen kann und irgendwie spiele ich bespiele ich eher meine eigene sammlung als dass ich mir dann nochmal so eine mini konsole dahin stelle das einzige mini ding das ich besitze ist das mega drive mini okay ja ich bin tatsächlich über das nes mini zu dem spiel gekommen und das habe ich jetzt vorhin schon gesagt aber da muss ich das mache ich jetzt nochmal ganz offiziell ich habe addys jetzt wochenlang angelogen bevor das remake erschienen ist von super mario rpg denn ich habe ihm immer gesagt wenn er gefragt hat hast du das auf dem super nintendo gespielt nein habe ich nicht gespielt nein habe ich nicht gespielt hat auch gemeint aber du hast doch das nes mini ich so ja habe ich aber ausgelassen irgendwie bin ich nicht so gekommen was auch immer und dann habe ich jetzt das remake gespielt und habe mir die ganze zeit gedacht das kennst du irgendwo her das kommt dir alles so dermaßen bekannt vor und an manchen punkten ne du hast du hast diesen dungeon schon mal gespielt und tatsächlich ich habe und ich glaube falls anwälte zuhören jetzt das ist und das gilt unter die verjährungsfrist ich habe es auf dem snes mini tatsächlich nicht wirklich gespielt aber ich habe mal früher eine eine rom gehabt weil ich wissen wollte was hat es mit dem mit diesem klassiker auf sich und wie addys schon gesagt hat man hat dieses spiel ja in deutschland nirgendwo bekommen oder in europa an sich nicht und ich habe mir damals mit dem emulator mal reingespielt aber damals waren die emulatoren teilweise noch so grottig dass es auch nicht wirklich spaß gemacht hat aber die ersten ein zwei stunden habe ich mal reingespielt gehabt konnte mich noch daran erinnern also ein bisschen habe ich das spiel damals auch schon erleben dürfen ja es gilt ja auch also wir werden da nachher ein bisschen noch mal ein bisschen ausführlicher drüber reden aber die diese die mario rollenspiele haben ja durchaus einen sehr guten ruf und das ist ja hier quasi der großvater der erste in der reihe wenn man so will von von dem konzept mario und die mario welt in ein rollenspiel umzumünzen insofern auch ein historisch echt wichtiges spiel dass auch viele sachen wie paper mario später auf dem n64 und auf dem gamecube es möglich gemacht habt insofern sehr angemessen nicht nur zum zum thema des remakes das jetzt erschienen ist dass wir als retro cast da mal drüber reden und ich glaube da gibt schon einiges zu besprechen ja vor allem müssen wir später auch mal darüber reden wie uns das spiel so also bisher gefallen hat ich weiß nicht du hast wenn ich dich richtig verstehe du hast jetzt bis jetzt noch zeit gefunden kurz rein zu spielen oder genau ich habe leider es erst geschafft weil ich auch noch irgendwie andere sachen zu erledigen hatte und auch irgendwann mal mario wonder zu ende spielen wollte was ich geschafft habe gestern nacht dann irgendwann im bett dass ich dann es geschafft habe so eineinhalb stunden ungefähr rein zu spielen also den ersten dungeon habe ich mir angeguckt ja also ich bin jetzt schon ein bisschen weiter ich habe ich glaube fünf bis sechs stunden müssen zahlen glaube mittlerweile sogar in richtung sechs wenn ich mal so zurück überlege also so ungefähr und kann mir bis jetzt eigentlich glaube ich schon ein ganz gutes bild von von dem ganzen machen und so viel kann ich schon mal im voraus spoilern ich kann nicht hundertprozentig nachvollziehen woher dieser 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 mega hype wird das spiel kommt aber dazu später mehr ähm wir haben heute wieder den kontroversen flow da ja wir haben wieder den kontroversen flow da ich weiß nicht wie wollen wir es angehen wollen wir erst mal so allgemein über das spiel oder über die entstehungsgeschichte und co soweit das möglich ist reden lass uns doch vielleicht erst mal über das spiel an sich reden oder ich meine das remake ist ja jetzt auch frisch da muss man ja nicht unbedingt das original erst mal heranziehen um ein bisschen das einordnen zu können ja gut also ich kann vielleicht ganz gerne einen anfang machen wenn du willst dann habe ich ja ganz frisch frisch im kopf dann nur zu also super mario rpg ist ein rollenspiel wie der name schon sagt und der beginn des spiels ist eigentlich finde ich ganz ganz clever gemacht du siehst prinzessin peach die auf einem blumenfeld ist ähm da irgendwie gerade irgendwie einer tulpe oder was auch immer riecht so ganz friedlich und dann siehst du im hintergrund den bösen bösen browser der auf seinem fluggerät äh da ankommt und die prinzessin äh mitnimmt also soweit so bekannt danach schwenkt das bild auf marios haus da steht auch ganz groß marios haus drüber äh damit auch jeder weiß wer da gleich raus gesprüngt kommt und dann siehst du eben den kleinen roten klempner da raushüpfen und dann simuliert das spiel eigentlich erst mal die klassische mario story mario rennt zu bausers schloss der steht davor du siehst auch der hüpft hüpft äh so richtig wie man sich das vorstellen würde bei einem plattformer und dann betrittst du das und merkst oh ich spring ja hier gar nicht so wirklich also klar du springst du kannst durch die gegend springen aber du steuerst mario auf einmal aus einer isometrischen perspektive durch dieses kleine schloss das ist auch sehr sehr kompakt gehalten alles und dann siehst du bauser hat die prinzessin oben auf auf so eine empore entführt und da sind so kronenleuchter auf die ihr euch dann beide gegen auf denen ihr euch gegenüber steht und du musst jetzt bauser bekämpfen und in dem moment merkst du eigentlich okay das ist gar kein plattformer sondern das ist ein namensgebendes rollenspiel also man hat so einen klassischen rundenbasierten kampf mit einem aktionsmenü das man auswählen kann ja und von da aus geht es dann eigentlich bloß dass man sich erstmal durch diesen kampf kämpft und dann die größere geschichte drum herum ihren lauf nimmt ja aber das ist natürlich nicht das klassische mario vermittelt bauser und danach ist alles wieder gut das ist tatsächlich sehr geschickt gemacht dass sie diese jump and run auch geschicht das geschichtlich aufgreifen und einen erstmal sich denken lassen ja gut okay wir haben hier die klassische geschichte aber dann kommt natürlich alles ganz anders mario wird oder beziehungsweise das schloss wird angegriffen kann man so sagen oder ja also ich wenn so ein riesiges schwert auf einmal von oben rein schützt würde ich das stolz angriff interpretieren ja genau das das schloss wird von einem riesigen schwert angegriffen das aus dem aus dem all oder von wo auch immer auf das auf bausers schloss herunter fällt und sowohl mario als auch bauser als auch die prinzessin werden aus dem schloss geschleudert und ja von jetzt an geht es quasi für mario dass er die prinzessin irgendwie rettet und das spiel macht das ganz geschickt es baut am anfang immer noch diese diese mechanik oder diese prämisse auf dass es darum geht prinzessin peach zu befreien und zu retten aber so viel kann man schon verraten darum geht es im endeffekt gar nicht denn wir werden prinzessin peach im späteren verlauf des spiels auch wieder finden und treffen und sie wird sich auch uns anschließen als spielbarer charakter im endeffekt ist jetzt kein großer spoiler geht es darum dass man besagtes großes schwert dass ein mitglied der also im englischen heißt sie die smithy gang ich weiß nicht hast du es auf deutsch gespielt ja ich überlege gerade wie ich glaube schmiederich oder irgendwie sowas also es ist auch angelehnt auf jeden fall an smithy also smith ist ja der der schmied im englischen und diese smithy gang hat dann bauserschloss übernommen und da scheint noch mehr dahinter zu stecken denn mit diesem schwert sind auch ist ist etwas stört worden da will ich jetzt nicht groß drauf eingehen weil das wäre tatsächlich ein spoiler und wir müssen die namensgebenden seven stars denn das ist der volle titel des spiels super mario rpg legend of the seven stars finden um dieses riesige schwert zu bekämpfen das ist so die oberflächliche prämisse und dafür macht sich mario auf dem auf den weg durch die durch die welt und zu anfang merkt man aber auch schon wieder dass das ist eine ein richtig schöner mix aus diesem rollenspiel system und aber auch gleichzeitig so diesen klassischen jump runs denn anstatt durch eine offene welt zu laufen bewegen wir uns auch auf eine oberwelt und übersichtskarte von einem gebiet ins andere und das sieht so aus wie bei den klassischen mario 2d jump runs und dann sind wir immer jeweils ein gebiet und können dort hin und her laufen können umher springen und dergleichen wie du schon erwähnt hat es aus dieser iso perspektive verbunden mit den ganzen sachen aus einem rollenspiel genau das und das das spiel macht da erstmal einen kleinen cut so man merkt was da man sieht was in diesem schloss passiert ist dann werden mario und alle die in diesem schloss sind raus geschleudert eben von von diesem besagten schwert und dann wacht mario quasi zu hause wieder auf bei sich im haus ähm und wird von von einem tot angesprochen äh der ihn darüber informiert jetzt das ist ist ja vor die zeit vor den handys das heißt es spricht nicht so spricht sich nicht so schnell rum äh die prinzessin sei verschwunden ob er nicht mal vorbeikommen könnte um zu gucken was da los ist und dann macht sich mario eben mit diesem besagten tot auf äh zum zur hauptstadt des pilzkönigreichs im schloss von prinzessin peach ähm und das spiel führt einem im grunde auf dieser sehr kurzen reise das dauert so 20 minuten oder was ähm führt das spiel euch ein in die art und weise wie ihr euch eigentlich durch das spiel kämpft also man die sprungmechaniken werden einem äh vorgestellt das grundlegende kampfsystem das item management also das ist total zugänglich gemacht finde ich und sehr intuitiv dazu sagen hey das sind deine fähigkeiten wenn du einen gegner betrifft triffst dann sieht das so und so aus und die kämpfe sind durchaus interessant finde ich weil sie eben keine klassisch rundenbasierten kämpfe sind sondern sie neben rundenbasierte befehle und aufgabenstellungen die du quasi hast kombinieren sie aber mit einem echtzeitelement ja ja und ich bin mir bis heute nicht sicher wie gut ich das finde äh finde ich fand es auf der in dem super nintendo klassiker tatsächlich mega schwierig und störend ein bisschen sogar zur erklärung wie adis gerade schon gesagt hat ähm haben wir nicht nur dieses klassische befehlssystem wo wir sagen an greife an benutze den gegenstand benutze eine sonderfertigkeit auf den gegner der vor uns steht also diese schlachtfelder sind wie auch bei allen spielen der damaligen zeit final fantasy und co dass mario auf der einen seite steht und ihm gegenüber stehen seine seine widersacher jetzt können wir sie angreifen aber wenn wir einen angriff machen dann gibt es ein kleines ich würde heute würde mal quicktime event sagen ähm man muss zu richtigen zeitpunkt je nach angriff und je nach fertigkeit eine taste drücken die a taste und wenn man das macht kann man mehr schaden machen kann besser heilen kann werte die man gerade verstärkt werden dann noch weiter verstärkt oder zusätzliche effekte treten ein und das ist tatsächlich je nach waffe oder je nach fertigkeit die ausgerüstet ist immer unterschiedlich und erfordert ein gewisses maß an timing und gleiches gilt auch wenn man angegriffen wird also wenn mich jetzt ein gegner angreift muss ich bevor der mich zum beispiel bevor der zuschlägt muss ich rechtzeitig die a taste drücken und dann kann ich den schaden komplett negieren also ich krieg dann keinen schaden es gibt zwar angriffe der gegner die sind nicht blockbar aber das ist ein unglaublich wichtiges system denn gerade in späteren kämpfen ist es von nicht gerade geringer wichtigkeit dass man den schaden den man den man durch normale attacken bekommt blockt weil man ansonsten sehr sehr schnell ins gras beißt und ich muss sagen ich habe bei manchen charakteren und bei manchen gegnern bis zum bis jetzt immer noch meine probleme das timing richtig hinzukriegen und das hat mich schon den ein oder anderen kampf gekostet also ich meine ich bin sowieso ein enormer quicktime ja grobmotoriker also ich tue mich da unglaublich schwer und ich weiß man hat das spiel so gemacht wie es damals war und die idee war damals vielleicht ganz nett aber ich mich jetzt unglaublich gestört ja also ich bin da eigentlich auf auf der anderen seite des des arguments tatsächlich in dem fall ich finde das eigentlich eine ganz charmante idee ich stimme dir aber zu ich habe auch echt die erste spielstunde plus die ich da jetzt so reinstecken konnte habe ich immer noch schwierigkeiten mit dem timing ich finde das ist irgendwie nicht ganz intuitiv und ich habe das gefühl dass das spiel ein potenziell auch eher dafür belohnt vielleicht länger mal auf der ich glaube b muss man drücken oder a weiß ich jetzt gerade gar nicht aus der massen memory heraus weil das ja auch bei der switch immer andersrum ist auf jeden fall eine von den beiden tasten und ich glaube das spiel belohnt dann dafür wenn du die ein bisschen länger drückst ist so mein eindruck also einfach so ein grobes fenster abstimmen und dann halt länger gedrückt halten und das ist schon ein großer faktor tatsächlich weil du nicht nur mehr schaden machst an einem einzelnen gegner sondern beispielsweise auch flächenschaden verursachen kannst dass wenn du dann so anfängst mit größeren partys zu hantieren also vier bis fünf leute die gegenüberstehen beispielsweise bei dem bosskampf oder so da kann das wirklich entscheidend sein weil du hast schon richtig gesagt die deine eigenen charaktere halt nicht unbedingt viel aus und generell ist das also die die mario rollenspieler haben ja immer so ein bisschen den ruf gehabt sehr einsteiger freundlich zu sein und sich auch speziell einem publikum zu richten das vielleicht noch gar keine große rpg erfahrung hat und das merkst du hier auch also diese die ganzen werte während du bei dem final fantasy und bei diesen anderen rollenspielen halt immer direkt hunderter skalen hast dann kriegst du 300 xp punkte und so kriegst du hier meistens sowas wie ein erfahrungspunkt vielleicht mal drei erfahrungspunkte du hast fünf schaden gemacht vielleicht wenn du einen stärkeren angriff machst machst du 40 50 schaden also das ist am anfang so total basic alles dargestellt damit du dich da glaube ich auch als neuer spieler schnell orientieren kannst und ich finde dadurch hat das eigentlich einen ganz schönen charme also sowohl dieses action element macht es ein bisschen vertrauter glaube ich für leute die sonst nicht mit runden basierten kämpfen so viel operieren und auch diese vergleichsweise einfache mechaniken die auf dem ersten blick da so durch scheiben die tragen auch dazu bei dass es erstmal sehr zugänglich wirkt ja es ist richtig und würde ich dir stimmt ja auch grundlegend zu ich finde halt einfach nur dieses timing herauszufinden denn du hast auch keinen hundertprozentigen indikator habe ich jetzt gerade richtig gemacht das kommt zwar ein ausrufezeichen über den köpfen der charaktere aber ich finde das immer relativ irreführend weil ich bis jetzt noch nicht bei allen attacken herausgefunden habe muss ich jetzt kurz vor diesem ausrufezeichen muss ich währenddessen drücken es also es wirkt auf mich manchmal so ein bisschen generisch dass ich mir immer denke aber ich habe doch jetzt gerade rechtzeitig gedrückt warum kommt der schaden nicht also dieser extra schaden nicht durch also ja und die werte gehen später übrigens noch hoch also du machst später schon ordentlich damage und alles drum und dran und was auch noch dazu kommt neben diesem flächenschaden man baut auch einen sogenannten ketten schaden auf beziehungsweise eine angriffskette jedes mal wenn man erfolgreich blockt oder erfolgreich den die a-taste beim angriff drückt kriegt man oft kriegt man bei einem counter eine zahl dazu also es gibt die geht immer um eins hoch und das ist eine das ist eine neuung im vergleich zum klassiker es gibt jetzt je nachdem welche charaktere man dabei hat sogenannte boosts beziehungsweise buffs das heißt es werden die höher diese diese ketten wert ist desto mehr werte oder boni kriegt man also jetzt im falle von mario war das glaube ich dass er mehr schad dass man mehr schaden ausführt wenn man den wenn man zum beispiel später den charakter der heißt geno wenn man den dabei hat dann macht man mehr magie schaden wenn der zum richtigen zeitpunkt und so weiter und so fort und so kann man sich seine charaktere zusammenstellen und auch gucken okay welche werte möchte ich denn da erhöhen wem möchte ich dabei haben und das bringt dann schon wieder so eine gewisse taktisches element mit sich denn es ist gleichzeitig schon dahingehend ein bisschen tiefer dann wiederum wenn es du hattest ja vorhin die erfahrungspunkte erwähnt sobald man eine gewisse menge an erfahrungspunkte hat steigt man im level auf und das funktioniert hier wieder relativ simpel man hat da relativ oder was ist relativ man hat keinerlei große einflussmöglichkeiten die werte vom eigenen charakter erhöhen sich man kriegt je nach stufe eventuell auch eine neue fertigkeit aber man kann sich noch aussuchen ob man eines der attribute also leben schaden oder magie schaden separat erhöhen möchte und so kann man die charaktere ein bisschen spezialisieren also ich habe mario bei mir zum beispiel jetzt wirklich zum damage dealer gemacht bei dem erhöhe ich die meiste den schaden und ab und zu ein bisschen das leben dafür kann der fast keine fertigkeit einsetzen weil er keine mana punkte hat und so ist schon ein bisschen individualität da aber es ist wie du schon sagst wirklich auf einem absoluten grundlegenden level ja wobei man da jetzt ein bisschen noch glaube ich ein paar sachen ergänzen muss also du hast gerade gesagt mana level genau du hast grundsätzlich die fähigkeit die die entscheidung entweder normal anzugreifen oder halt magische fähigkeiten einzusetzen und zu diesen magischen fähigkeiten zählt aber auch sowas wie ein sprungangriff als marios attacke wo er dann so von oben auf ihren gegner drauf also auf den kopf springt das kostet dich hier mana punkte ich komme blumen punkte heißen sie ja in dem kontext und was ganz interessant ist als mechanik dass dein team du kannst bis zu drei charaktere in einer party haben und diese drei charaktere teilen sich einen mana pool das heißt du wie du richtig gesagt hast durch die zusammensetzung der party kannst du ein bisschen entscheiden willst du stärker auf magie gehen willst du stärker auf direkten nahkampf schaden gehen und das verändert eben auch ein bisschen die zusammensetzung die konstellation mit der du ins feld gehst und es gibt tatsächlich auch und da ist es eben doch auch ein bisschen bisschen über so basale regeln hinaus es gibt auch tatsächlich stärken und schwächen für die einzelnen gegner also bestimmte gegner beispielsweise wenn sie im wasser leben sind anfällig für elektroschaden pflanzen sind anfällig für feuerschaden und es gibt auch statuseffekte wie wenn ich ein blitz trifft oder wenn der gegner vom blitz getroffen wird kann der paralysiert werden also das hat mich sehr stark erinnert so an die ersten pokémon spiele ich glaube da haben sie sich auch ein bisschen daran orientiert könnte ich mir zumindest vorstellen weil das jedoch auch noch mal so zusätzliches element reinbringt dass du im kampf doch obwohl das auf den ersten blick sehr simpel wirkt alles doch im weiteren verlauf recht schnell merkt okay ich kann jedoch das ein oder andere neu einstellen und adjustieren und so gibt es ja noch item management und so weiter also aber ich finde das spiel macht einen super job dich da sehr sehr langsam und ohne vorkenntnisse eigentlich von rollenspiel mechaniken an das thema heranzuführen wie wie spiele ich eigentlich ein rollenspiel ja also ich würde ich hätte es weniger mit final mit jetzt habe ich es umgedreht mit pokémon verglichen sondern eher mit den final fantasy spielen auch damals macht schon ein bisschen sinn wenn wir nachher auf den entwickler eingehen aber da war es ja auch so da konnte man ja auch schon wenn man bestimmte zauber gewirkt hat status veränderungen herbei wirken und dergleichen und bei super mario rpg kommen die ganzen klassiker du hast den du hast den debuff der dich weniger schaden machen lässt du hast die schlafzauber du hast den gift zauber und so weiter und so fort also da kommt es mit wenig überraschungen her also auch jetzt soweit wie ich gespielt habe habe ich mir jetzt nicht irgendwann gedacht oh mensch das ist jetzt aber irgendwie was was ich noch gar nicht erwartet hätte oder gesehen habe und was wollte ich jetzt noch sagen jetzt hänge ich gerade ein bisschen fest genau ach so ja genau es ist zwar schon ein bisschen komplexer aber es ist dann aber es hält sich so gleich auch was die gegenstände angeht wenn man in den städten ist kann man sich zum beispiel neue ausrüstung kaufen man kann sich aber sicher sein dass man pro stadt oder nächsten ort den man findet immer beim händler eine neue sache kaufen kann also es ist nicht so dass das spiel ein irgendwie überfordert oder mit irgendwelchen entscheidungen überhäuft dass wie man es vielleicht bei anderen rollenspielen hat dass man sagt okay ich muss jetzt zwischen diversen ausrüstungsgegenständen unterscheiden und überlegen welchen ziehe ich an und kann ich da vielleicht hin und her wechseln es ist immer relativ straightforward es gibt immer eine mächtigere waffe manchmal findet man sie auch versteckt in den jeweiligen gebieten aber es hält sich relativ auf einem basis level hat jedoch diese kleinen verästelung nach links und rechts das hatten eine gewisse tiefe hineinkommt aber ich würde das jetzt nicht mit anderen rpgs der zeit auch damals nicht so wirklich vergleichen es hält sich tatsächlich nintendo typisch so ein bisschen an einsteiger und hat vor allem eine relativ flache lernkurve ja ich möchte aber noch mal betonen wie waren sie nicht charmant das alles gemacht ist also es klingt jetzt vielleicht so ein bisschen wie ja es ist alles total basic und wenn man rollenspiele kennt dann ist das für einen alles nicht neu das stimmt auch auf einer gewissen art und weise aber ich finde das total schön umgesetzt auch jetzt noch mal in dem in dem remake im speziellen wie sie diese ganzen mechaniken in die mario welt einführen also zunächst einmal diese ganzen sachen die die man so was weiß ein heiltrank wäre oder so dass hier ein pilz weil logischerweise pilze stehen im pilzkönigreich dafür dass man eben mehr leben bekommt und auch das allererste item das du bekommst ist ein hammer von den hammer brüdern die du vor einem kampf besiegst und du läufst damit tot noch so lange und dann sagt er oh der hat ja hier sein hammer liegen gelassen vielleicht möchtest du jemanden nehmen und dann siehst du einfach wie mario den hammer in die hand nimmt und dann zuschlägt und das ist alles so wahnsinnig es hat es hat total viel charme finde ich es ist jetzt nicht irgendwie wahnsinnig komplex oder so aber es ist super super charmant wie sie das alles so eingebaut haben dass du schrittweise von diesem ersten hüpfer von mario wo es noch erstmal nach dem jump run aussieht bis hin zu dem punkt kommt dass du sagst ja ich habe ja item management ich habe eine party die ich managen kann ich habe magie angriffe und so das ist ein total natürlicher und schöner übergang den sie hinbekommen haben finde ich ja das ist das ist richtig das hat mir auch sehr gut gefallen und es charmant trifft sehr gut es sieht auch sehr schön aus also jetzt wird das remake wurde die grafik aufgewertet ein bisschen modernisiert und das versprüht so viel liebe und kleine details und eben diesen diesen super mario charme diese verknüpfung mit den mit den jump runs vor allem wenn man überlegt vor super mario rpg gab es da großartig außer mario kart noch andere genres in dem mario unterwegs war naja es gab es schon so sachen wie mario paint und so ja aber nee also es war noch nicht so ein phänomen wie heute also dass du einfach spin-offs hast was er eigentlich heute als bin oft bezeichnen würdest das war glaube ich damals noch nicht so etabliert richtig und da hat man halt dieses das was damals die norm war für super mario versucht in ein rollenspiel zu packen und das haben die entwickler echt gut hinbekommen und ich muss ein bisschen zurückrudern im vergleich zum remake denn das remake ist ja auch teilweise berühmt berüchtigt eigentlich das remake das original ist ja berühmt berüchtigt dafür dass es teil so bockschwer sein soll das kann ich insofern bestätigen dass das original aufgrund auch dieser quicktime events für mich echt schwer war ich habe das gefühl beim remake haben sie da ein bisschen die schraube gelockert dass du nicht hund suchen da prozentig genau sein muss das wird auch wieder mit dem passen was du gesagt hast dass das das ein bisschen verzeihlicher ist und sie haben ja extra für das remake einen leichteren schwierigkeitsgrad mit eingebaut den habe ich jetzt nicht ausprobiert weil ich mir gedacht habe ich möchte das volle programm aber das spiel an sich kommt mir einfacher vor als früher vielleicht war ich früher auch einfach nicht geduldig genug und habe mich da nicht genug reingefuchst aber ich komme jetzt deutlich besser voran als damals wo ich glaube ich schon am allerersten boss gescheitert bin ja also man muss sagen es gibt ja auch noch ein paar andere komfortfunktionen zum remake wie wie autosaves das angesprochen und generell ist das schon ganz gut managbar also gerade wenn man auch ein bisschen rollenspielerfahrung hat ich will noch eine sache kurz ergänzen weil ich das das nicht vergessen wird zum thema charmante inszenierung dass ich total zuckersüß finde und auch eigentlich aus den technischen limitationen der snes ära herausgewachsen wir haben ja keine sprachausgabe und sie haben sich aber aktiv dagegen entschieden mario text zu geben also mit ausnahme von so ein zwei kleinen optionen die man ab und zu auswählen kann wie ja ich helfe dir oder nein hau ab gibt es eigentlich keine mario sprachausgabe und das führt im ergebnis dazu dass mario ganz oft irgendjemandem was erklären will und dann wie so eine kleine pantomime aufführt und der springt dann so irgendwie und dann versucht er quasi zu erklären oh die brücke ist so zerstört worden und dann springt er quasi so drei schritte zurück oder dreht sich einmal in der periode und ist dann bauser und macht dann irgendwas und diese ganzen figuren drumherum nicken dann so mit dem kopf ach so ach so ja okay das ist passiert und das finde ich also es ist fast ein bisschen theaterstück mäßig so dass er das jetzt dass er das jetzt nachzeichnet und das hat mir auch total gut gefallen irgendwie also wie gesagt das ist eine speicherlimitation eigentlich ursprünglich gewesen es gibt diese es gibt natürlich keine sprachausgabe das sowieso nicht aber dass sie da nicht so viel reingepackt haben war wahrscheinlich eine bewusste entscheidung weil sie gesagt haben nee mario ist der spieler das heißt wir wollen da nicht so viel irgendwie interpretation wir wollen möglichst viel interpretationsraum lassen und deswegen gibt es nur diese kleinen pantomime die dann nachstellen was in der jeweiligen situation passiert ist ich wusste vor der aufnahme ich habe es gewusst dass dieser punkt kommt und du wirst sagen dass du den so toll findest ich ich sitze da und muss dir jetzt leider sagen das hat mich so angenervt ich hab ich hab das hat mich so dermaßen genervt dieses pantomime und rumgehabsel und sonst irgendwas ich fand das am anfang noch ganz amüsant aber dass irgendwann spätestens wenn er sich in andere transformiert und so weiter um das darzustellen und so weiter und so fort oh gott das hat mich so dermaßen genervt du kannst es nicht glauben jetzt kommst du jetzt kommst du daher und sagst auch das ist ja so schön und charmant wie ein theaterstück ich ich wusste es wir kommen da wir kommen wieder nicht auf ein nennen tja wenn euch diese folge gefallen hat nein so schlimm ist es nicht aber ich fand das gut also mir hat das sofort ein lächeln ins gesicht gezaubert keine ahnung vielleicht bin ich da auch einfach dann vielleicht habe ich super nintendo nostalgie wenn ich sowas sehe ich fand das grausam ich habe da gesessen mir gedacht nee ehrlich ich da habe ich mich ab diesem punkt wusste ich ja du hast das spiel schon mal gespielt du hast das spiel schon mal gespielt und damals ist es dir schon mega auf die nerven gegangen und jetzt kommt der jetzt kommen die mit sowas wieder und aber was auch ganz interessant ist ist dass ja die spielwelt also total mario typisch ist in fehlender hinsicht vielleicht können wir uns da jetzt mehr darauf einigen bei dem punkt aber gleichzeitig auch ziemlich weit abweicht von so standard mario sachen also erst einmal du hast ganz viele einzigartige kanal charaktere das gino schon angesprochen die die holzfigur man trifft relativ früh einen frosch namens mellow oder zumindest stellt er sich als frosch vor und das sind ja figuren die du sonst nicht kennst und tatsächlich so die ganze umgangston ist relativ ruppig ja oder kann zumindest sehr ruppig sein also man trifft zum beispiel sehr früh so ein kind also einen kleinen tod der springt irgendwie auf dem bett rum und sagt hey mario wenn ich groß bin will ich genauso toll springen wie du meinst du ich schaffe das du kannst natürlich freundlich sein sagen ja auf jeden fall kannst du sagen geh weg interessiert mich nicht ja lass mich in ruhe ist nicht mein problem so ungefähr und da dachte ich mir schon ich glaube das wird nintendo heute nicht mehr machen heute auf keinen fall mehr ich muss auch sagen die charaktere gefallen mir allesamt sehr gut die sind alle ein bisschen überzeichnet und überzogen aber auf eine angenehme art und weise und die haben alle eine recht tolle dynamik miteinander also der humor passt wirklich gut und da hatten da haben sie auch gar nichts am original geändert ich möchte jetzt nicht darauf eingehen warum weil das ist nicht hundertprozentig jugendfrei aber sie haben also nintendo hat sich wirklich alles so gelassen oder so belassen wie es auch im snes original war und aber jetzt würde ich gern wissen inwiefern würdest du sagen dass die welten großartig also richtig unterschiedlich sind denn ich finde die mario elemente haben nehmen da sehr viel prominenz ein also dass man auch diese blöcke hat auf die man springt und die bewegen sich dann in gegen den uhrzeigersinn und man muss zum richtigen zeitpunkt auf weitere blöcke springen und zwar alles ist voll mit röhren ich also ich finde immer noch dass da dieser dieser mario diese mario ist tätig und optik immer noch überwiegt und das kam mir alles relativ vertraut vor bis jetzt dass das auf jeden fall so in den umgebungselementen würde ich dafür zustimmen ich meinte jetzt tatsächlich speziell die charakter und die und die dialoge weil also so figuren wie gino die tauchen da später nicht mehr auf und es gab ja auch wenn du dich ich weiß gar nicht hast du die den release von paper mario origami king verfolgt habe ich nicht habe ich nicht da gab es ja auch so eine diskussion weil es ein interview gab mit einem führenden entwickler von intelligent systems und der meinte ja also weil dann auch gefragt wurde wollen sie eigentlich auch mal wieder neue charaktere einführen in diese welt so ähnlich wie bei eben gino oder mellow oder so und da war so die aussage ja also wir sind aktuell zumindest konnte man das so interpretieren sehr beschränkt in der art und weise wie wir das mario universum verändern dürfen also sie dürfen nicht einfach jetzt so charaktere dazu nehmen oder bekannte charaktere total ummodeln deswegen hast du bei paper mario origami king beispielsweise auch die klassischen mario figuren sehen alle total klassisch aus da gibt es keine große varianz oder so und hier hast du halt neben diesen neuen figuren auch so die ein oder andere abwandlung dass da ich glaube der toad einer der toads hat dann so ein schnauzer und so das ist dann irgendwie der der krönungsminister oder irgendwie sowas in der art der peach vertritt also sie hatten glaube ich früher deutlich mehr künstlerische freiheit wenn es um die ausformulierung ausgestaltung dieser figuren geht ja das das ist richtig es kommen auch diverse variationen von verschiedenen toads also es gibt ja auch weibliche toads dort und kleine toads große toads alte toads alles und ähm joshi kommt auch vor der hat sich aber nicht großartig verändert und äh ja so von den charakteren hast du schon recht da ist wirklich die sind wirklich vielfältig und auch unterschiedlich es kommen später auch vertraute charaktere dazu die man kennt einige ein unerwarteter charakter mit dem man jetzt nicht gerechnet hätte aber dabei kann man ja sagen ich glaube jeder weiß es irgendwie dass man später bowser noch zu die seite gestellt kriegt und diese das diese charaktere wie die miteinander umgehen das ist schon dieser ruppige ton den du sagst man spricht man findet oder trifft im späteren verlauf spiels auf einen sehr interessanten bösewicht lass es mich mal so umschreiben der also da habe ich mir gedacht oh gott was was ist denn das für eine schräge idee wie toll ist das denn also da haben sie wirklich meiner meinung nach komplett aus komplett in die kiste gegriffen und sich jegliches stereotypt eines bösen idiotischen obermotzes genommen und auf diesen charakter geklatscht also dass da ist tatsächlich noch mehr freiheit drinnen gewesen und ich wundere mich aber ein bisschen dass sie bis heute keine von diesen charakteren mehr weiterverwendet haben weil gerade geno ist ja anscheinend so ein riesiger fanliebling es wurde ja es wurde ja ewig gehofft dass der bei smash bro irgendwie noch mal dazu kommt aber glaubt außer super mario apg kam da keiner mehr von denen vor nee und das ist auch das was ich deswegen finde ich total schön dass das spiel immer noch aufgelegt haben weil das so ein sehr einzigartiges spiel ist also auch mit blick auf das mario universum wo man ja jetzt wir haben ja also man kriegt ja sehr sehr viel mario aktuell auf der switch mario wonder hatten wir erst vor kurzem super toller neuer plattformer dann sind für nächstes jahr kriegen wir doch ein spiel mit princessen peach und ich finde es schön dass ich auch eher diesen klassischen rpg routen mal ein bisschen wieder bedienen weil tatsächlich origami king obwohl das kein schlechtes spiel war nur noch sehr sehr wenig mit einem rollenspiel zu tun hat also wir haben jetzt schon bei super mario rpg gesagt das ist sehr drunter gedampft und diese neueren paper mario spiele die haben sich fast komplett von ihrem rollenspiel kern verabschiedet und es ist irgendwie also es ist total schön dass für die fans dieser klassischen mario rollenspiele die ja wirklich qualitativ sehr gute spiele sind dass da jetzt noch mal mit dem remake was kommt und auch nächstes jahr mit legende vom millionen tor noch mal eine neu auflage kommt ich habe das spiel jetzt sehr gelobt jetzt möchte ich aber eine sache sagen die mich nervt und die ich finde die eine gründlichere überarbeitung hätte vertragen können das sind die sprung passagen oh ja oh ja also wir haben ja schon gesagt man steuert das spiel aus einer isometrischen perspektive das ist auch eigentlich charmant umgesetzt hat so ein bisschen diorama style was ich super finde ist dass es keine zufallskämpfe gibt sondern du siehst die gegner in der welt und du kannst hier auch versuchen so ein bisschen zu umspringen und zu zu umschiffen das ist alles gut aber es gibt bestimmte passagen spiel wo ihr springen müsst und aus einer isometrischen perspektive ein plattformer zu steuern ist eine absolute katastrophe das funktioniert vorne und hinten nicht weil ihr weil du überhaupt kein gefühl hast für für abstände für distanzen die du jetzt irgendwie überbringen muss das einzige wie ich mir das hingemodelt habe auf so kleinen plattformen die dann schweben hin und her zu springen ist dass ich auf den schatten achte der schatten ist tatsächlich das einzige was einem so bisschen orientierung gibt im blick auf die höhenverhältnisse und ansonsten muss ich sagen ist das ein aspekt des spiels der mir nicht besonders gut gefällt obwohl ich die grundsätzliche idee plattformer passagen einzubauen für für eine gute halte finde ich die umsetzung einfach leider nicht so gelungen die ist katastrophal also wirklich ich möchte benutze dieses wort bewusst das ist eine katastrophe bis jetzt noch nicht so weit aber es gibt eine stelle im spiel wo du in einem raum mehrere stockwerke hochgehen muss du gehst also einen turm hoch und du siehst wenn du einen raum betrittst einen bob-omb diese kleinen bomben der auf einer wippe steht und du weißt okay entweder musst du was runter werfen oder du musst drauf springen damit der hoch geht und du musst dich dann zwei oder doch zwei zwei weitere etagen hoch kämpfen also an gegnern vorbei hoch springen und sonst irgendwas und dann kommst du an diese stelle und du siehst den unteren teil nicht du siehst nicht wo diese wippe ist du musst also auf verdacht runter springen und wenn du es nicht schaffst landest du falsch und darfst wieder hoch laufen und das ist zwar eine optionale passage weil man da eigentlich nur ein item bekommt aber dieses item ist halt fand ich relativ gut und ich habe ungelogen 15 versuche gebraucht bis ich den richtigen winkel zum springen rausgefunden habe und ich hätte die switch an die wand schmeißen können das hat mich so dermaßen genervt ich war so kurz davor zu sagen nein ich mach das nicht mehr aber ich wollte wissen was in dieser kiste drin ist ich wollte dieses item haben und das war so der das der höhepunkt von dieser von dieser katastrophe jump run einlage in diesem spiel ich finde die idee an sich auch ganz charmant und schön und originell aber das ist einfach nicht gut umgesetzt und ich frage mich warum sie da nicht irgendwas gemacht haben weil du kannst mir nicht erzählen dass man das nicht hätte irgendwie ein bisschen besser lösen können ja ich glaube der der trick wäre einfach gewesen das tatsächlich zu trennen also tatsächliche plattformen passagen einzubauen zum beispiel wenn du zwischen den leveln hin und her reist oder so da einfach so 2d plattformen rein zu machen und aus dieser asymmetrischen perspektive das nicht nicht einzubauen oder beziehungsweise nur sehr sporadisch was ich zum beispiel ganz okay finde es gibt mal so ganz leichte umgebungsrätsel wo du beispielsweise auf so einer blume die sich dreht dann irgendwie eine bestimmte richtung springen muss das finde ich noch einigermaßen human aber ja gerade wenn es dann so diese um diese kleinen fieseligen plattformen geht die sich dann nacheinander irgendwie bewegen und so dann dann macht es echt schnell keinen spaß mehr leider ja ja jetzt habe ich gerade mal jetzt habe ich mir überlegt was wir schon alles angesprochen haben ob ich noch was auf der liste habe ich bin ja ein bisschen weiter als du aber das sind eigentlich so die punkte die ich mir die ich mir auch gedacht habe also sowohl im guten als auch im schlechten man kann vielleicht noch was zur spielzeit sagen denn das super mario rpg ist finde ich für ein rollenspiel vergleichsweise kurz und zwar wirklich wirklich kurz und ich habe jetzt mal bei how long to beat geguckt die sagen man braucht ungefähr elf stunden um einen durchgang zu schaffen und das finde ich schon recht puh also wie gesagt ich habe sechs stunden gespielt ich habe von diesen namensgebenden sieben sterben fünf stück es wird bestimmt noch etwas kommen aber ich muss sagen man kommt sehr schnell durch und das ist per se auch nicht schlimm ich hätte mir glaube ich noch ein bisschen mehr erwartet vor allem für ein spiel das auf vollpreis läuft ja wobei das ist immer so eine diskussion der spielzeit und preis also mario wonder spielst du ja auch in zehn stunden durch ja kommt darauf an wenn du es vollständig mit geheimwelten und so weiter spielst dann hackst du das schon deutlich länger okay wenn du es wirklich kompletieren willst aber ja mein gott also ich finde das ist immer so also das finde ich nicht das finde ich jetzt nicht so tragisch dass es in anführungsstrichen nur zwölf stunden sind ich glaube das spielprinzip ist auch ganz gut darauf ausgelegt und gerade für neulinge in dem genre ist es vielleicht auch ein ganz guter einstieg wenn man nicht direkt dass man 100 stunden bei xander bad chronicles 2 oder so ist aber klar kann natürlich sagen hätte ein bisschen bisschen streckung vertragen das ist tatsächlich ein insgesamt sehr original getreues remake und das merkst du auch wenn also man ich weiß jetzt nicht ob das wahrscheinlich ist es nicht so ich glaube sie haben das komplett mit unity neu entwickelt aber man es würde würde mich jetzt auch nicht wundern wenn es so eine fähigkeit gäbe zwischen original grafik und neuer grafik hin und her zu switchen wie bei anderen remakes weil das schon sehr sehr authentisch ist und das fühlt sich total an wie ein super nintendo spiel ja also das versucht es irgendwie gar nicht zu zu leugnen aber es sieht deutlich besser aus weil tatsächlich finde ich dass mario rpg kommt aus dieser phase des super nintendos die mit ausnahme von donkey kong country nicht besonders gut gealtert ist wo man so pseudo 3d rendering versucht hat und das sieht irgendwie ganz komisch aus beim original deswegen finde ich das sehr sehr schön dass das jetzt in diesem remake dieser neu auflage dass sie sich eher für so einen ja so einen puppenhaften look fast entschieden haben also sieht halt ein bisschen aus wie das hätte man so eine miniatur welt gebaut und würde jetzt mario durchs miniatur wunderland in hamburg oder durchsteuern so ein bisschen dem den flair hat das für mich ja ich finde ich finde die entscheidung auch gut dass sie gesagt haben okay wir machen das spiel jetzt noch mal grafisch komplett neu und hat dem auf keinen fall geschadet sie haben ja auch sonst wirklich fotograf original getreu bist ja mir auch teilweise bugs drin gelassen von denen sie wussten das ist übrigens einer adis hatte mir vor der aufnahme hat er mich gefragt warum ihr alle so begeistert von dem charakter genus sind jetzt kann ich es ja mal aufklären für dich es gibt einen aber spoiler frei ja ja spoiler frei es gibt einen bug bei dem genu hat eine spezial attacke also spezial attacke hat halt eine attacke eine fertigkeit die kannst du einsetzen und wenn du zum richtigen zeitpunkt wieder auf die a taste drückst dann erhöht sich der kritische schaden ich weiß jetzt nicht wie genau dieser bug auftritt aber unter bestimmten umständen kannst du wenn du zu richtigen zeitpunkt die a taste drückst 9999 schaden machen mit einem angriff und das ist mir auch schon einmal gelungen ich kann das nicht hundertprozentig reproduzieren ich habe es noch nicht hingekriegt aber deswegen ist gedo zum beispiel so mega beliebt okay also ich dachte das liegt irgendwie an der story oder so was sind ist es einfach dass er so super stark ist quasi das so würde ich mir erklären aber kann auch okay also story technisch ist ja auch ein toller charakter also erst ein ziemlich origineller charakter aber ich glaube das ist warum in jeder party ist kann ich mir mit diesem bug sehr gut vorstellen ja ist auch generell natürlich einfach interessant diese diese eher anderen charaktere mal zu nutzen wenn man das die möglichkeit hat ja und nicht nur das sind ja auch die bösewichte sind anders ich meine man kämpft auch gegen die klassischen gegner wie goombas schildkröten und bob oms geister etc pp aber es kommt auch es kommt neuer oberbösewicht wir kämpfen nicht gegen bauser und das war bis dahin eigentlich immer der standard das ist eigentlich auch eine richtig schöne auflockerung wenn man es mal so sieht ja sehe ich gerade vom blick auf die uhr und du meintest neuerung soll vielleicht ein bisschen über die entstehungsgeschichte reden soweit wir das soweit wir das nachvollziehen können zumindest ja bitte da hast du dich ja schlau gemacht ja genau also wir haben ein genau das original stammt aus dem jahr 1996 ist damals für das super nintendo erschienen und auch wenn es jetzt schon wahnsinnig lange her ist muss man sagen es ist ein sehr sehr ungewöhnlicher release gewesen weil 1996 in japan und den usa schon wenige monate später das n64 erschienen ist also man hatte im grunde schon last gen konsole für der dieses spiel nochmal rausgekommen ist was schlicht und ergreifend an der großen popularität des super nintendos gelegen hat also super nintendo war eine unfassbar erfolgreiche konsole und nintendo ist ja sehr bemüht darin die eigene hardware möglichst lange zu supporten deswegen hat ja auch der nintendo 3ds beispielsweise auch noch nach dem erscheinen der switch spiele bekommen sowas wie metroid samus returns das heißt so ähnlich ist es hier auch gewesen dass man quasi versucht hat hey wir wollen noch mal ein rollenspiel machen und man hat sich eine firma gesucht mit der man ein ganz ganz ausgezeichnetes verhältnis hatte nämlich square soft die später in square enix aufgegangen sind und square soft waren eben die final fantasy macher und eben mit den final fantasy machen zusammen hat ein team unter leitung von shigeru miyamoto von nintendo und yoshihiko maikawa und shihiro fujioka dieses spiel entwickelt das heißt es ist wirklich eine co produktion von nintendo und square soft gewesen und das siehst du bis heute du hast wenn du das spiel startest auf das super mario apg steht unten als copyright nintendo schräg 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 square enix das heißt square enix ist da noch heute am an ja dem geistigen eigentum wahrscheinlich irgendwie beteiligt vielleicht sogar für charaktere wie gino oder so das kann weiß ich gar nicht wie das da end endgültig geklärt ist das heißt die haben sich zusammengetan und das ist insofern ganz interessant weil ja dann der berühmte bruch kam mit dem nintendo 64 das super nintendo war ja die die hauptplattform für final fantasy bis zum sechsten teil und square soft hat sich dann entschieden mit final fantasy 7 auf die playstation hardware zu setzen weil sie da eben cds hatten und auf cds deutlich mehr gepasst hat als auf module das heißt da gab es diesen großen bruch aber noch vor diesem bruch hat man dieses spiel entwickelt und nintendo hat deswegen sicher dazu entschieden diese mario rpg reihe überhaupt fortzuführen weil man dann gemerkt hat okay wir kriegen keine rollenspiele mehr von square dass nintendo 64 war notorisch schlecht für fans dieses genres das heißt die einzigen spiele die es glaube ich gab waren quest 64 und eben paper mario und paper mario ist eigentlich super mario rpg 2 das wurde damals auch als super mario rpg 2 angekündigt und dann erst später zu mario paper mario umgemodelt ich weiß nicht ob es auch an rechte sachen lag sonst ist das irgendwie mit square oder so schwierig aber natürlich war auch dieser papier look irgendwann sehr prominent und auch ein ganz gutes marketing instrument sage ich mal das heißt die vorgeschichte rund um dieses spiel ist insofern interessant weil es eigentlich mal ein bruch zwischen nintendo und square enix oder square soft damals noch nicht eingeleitet hat aber so quasi kurz davor war und heute natürlich mehrere jahrzehnte später davon kaum noch etwas übrig ist also square enix ist ja ein sehr sehr großer unterstützer der nintendo switch ja ja und naja mal schauen vielleicht kommt ja irgendwann mal wieder ein weiteres super mario rpg wenn sich das remake jetzt gut genug verkauft hat wer weiß also es wäre schon interessant mal zu sehen was sie sonst noch machen würden abseits von paper mario sie haben ja neben paper mario noch eine zweite mario rollspiel reihe gehabt nämlich diese mario und luigi spiele hast du die mal gespielt kein einziges ich leider auch nicht die waren nämlich immer auf handhills irgendwie gefangen ja genau deswegen hatte ich genau und ich habe da auch irgendwie mich nicht so richtig eingewurstet oder wie nennt man das eingefunden reingefuchst die sollen aber auch reingefuchst das wort habe ich gesucht reingewurstet die sollen aber richtig richtig gut sein von allem was ich gehört habe also gerade auch bausers inside story das glaube ich letzte sollen richtig richtig tolles spiel sein leider ist das studio hinter den spielen ja pleite gegangen meine ich also scheint finanziell dann irgendwann nicht mehr so den ertrag gebracht zu haben das ist immer so eine schande wenn gute rollenspiele mit so einem setting weil das hatte mich auch interessiert aber eben zwar ja noch das war für ein 3ds glaube ich dass ich hatte mein 3ds schon nicht mehr den hatte ich weiter vererbt quasi nachdem ich die switch gekauft habe und das hätte ich gern gespielt und jetzt mit der prämisse dass man da wahrscheinlich erst mal nichts hinterher kommt ist schon wirklich schade ja das wäre irgendwie vielleicht mal ganz interessant da auch vielleicht eine art collection anzubieten auf der nintendo switch 2 also die mario und luigi collection da hast du diese ganzen spiele mal zusammen das wird nicht passieren aber man darf ja noch träumen dass man einfach mal ein paar spiele für 60 euro oder so zusammen gut ja ich würde also hast du noch was zur entstehungsgeschichte weil ich glaube viel mehr gefunden hast du jetzt auch nicht da gab es nicht so viel was man es ist erstaunlich schwierig da was herauszufinden nach meinem eindruck wahrscheinlich weil es eben auch so ein obskures projekt war eigentlich und keine hohe priorität denke ich mal hatte so der internen firmenhierarchie dann es wurde ja nicht mal mehr nach europa gebracht ja weil man sich gedacht hat lohnt sich irgendwie nicht mehr aber jetzt haben wir es schon dann hauen wir es raus ungefähr dann würde ich fast mal sagen also da kannst du wahrscheinlich nicht nicht ganz so viel an senf zu geben aber ich hatte es am anfang ja schon gesagt das spiel kriegt gerade also hatten wirklich gut abgeschnitten bei uns mit einer 9 von 10 ich gucke jetzt gerade mal den metacritic score super mario rpg metacritic hier live recherche was wir vorhin natürlich nicht gemacht haben wir helden das hat eine metacritic von 83 würde ich eher mit also würde ich eher mit gehen als die als diese wirklich ich habe auch schon test gelesen mit 10 von 10 oder meisterwerk oder sonst irgendwas und da sehe ich das spiel irgendwie gar nicht es ist ein wirklich gutes spiel es ist ein sehr schöner zeit zeuge es ist super umgesetzt also in die heutige zeit gebracht wird die ganze komfortfunktion und so weiter und es macht mir auch mega spaß ich werde es auch durchspielen so ist es nicht aber ich kann nicht hundertprozentig nachvollziehen warum der der hype so enorm ist was das spielerische angeht also wenn jemand sagt klar wir können das jetzt endlich nachholen das kann ich voll verstehen deswegen habe ich mir auch geholt und das ist auch eine schöne zeitstudie von dem ganzen aber spielerisch finde ich streckenweise jetzt nicht so herausragend dass ich sagen würde da geben wir jetzt die allerhöchsten wertungen also eine 10 von 10 ist es jetzt für mich auch nicht ich muss da noch ein bisschen weiter spielen bevor ich mein abschließendes urteil fälle aber ja es ist auf jeden fall ein qualitativ gutes spiel und ich glaube ich könnte mir vorstellen dass viele tester vielleicht auch so aus der super nintendo ära kommen vom vom altersdurchschnitt her und dass die da vielleicht auch selbst wenn sie das spiel selbst nicht gespielt haben einfach mit dieser art von spiel was anderes verbinden als jetzt junge spieler die kanal mit fortnight aufwachsen oder so das ist für die natürlich vielleicht auf den ersten blick befremdlich sowas spielen aber ich finde es super schön dass es da ist es leicht zugänglich es kostet kein vermögen mehr du musst es nicht importieren es ist das erste mal auf deutsch erhältlich ja die deutsche übersetzung ist so wie ich das nachvollziehen kann echt solide da hatten wir zu super nintendo zeit noch schlimmeres genau terranigma der herr meuser hat sich ja da ein paar mal verewigt aber da muss man wo wir jetzt gerade sind ich habe da letztens was zu gelesen bzw gehört wir haben dem mann unrecht getan muss man jetzt ja auch mal sagen der war selbst da gar nicht daran beteiligt also der ist zwar steht zwar in den creds drin aber er selbst hat da anscheinend kaum daran gearbeitet sondern er war nur der supervisor quasi hat ein team da überwacht und so und an der übersetzung von terranigma hat er gar nicht so viel mit zu schaffen gehabt ah ja okay das ist jetzt auch nicht verbinden sehen immer mit den ganzen nintendo übersetzungen aber klar der wird das natürlich auch nicht alles gemacht haben insofern herr meuse tut uns sehr leid wenn wir da unrecht getan haben für alles andere was er verbrochen hat nicht also von daher passt schon ja auf jeden fall schönes spiel schöne geschenkidee vielleicht zu weihnachten ja und ist ja jetzt die tiste season und wenn ihr wenn wenn es euch nichts ausmacht dass es ein bisschen kürzer ist also man wird schnell durch haben aber wenn euch das nicht stört dann kann man glaube ich eine klare kaufempfehlung aussprechen weil das ist noch mal so ein richtiges abtauchen in die gute alte zeit tm und mir hat spaß gemacht mir macht es immer noch spaß und ja ich das auf jeden fall kaufen auf jeden fall und währenddessen irgendwie auf früher war alles besser dort org vorbeischauen nein keine ahnung also für den nostalgie trip auf jeden fall eine reise wert ja gut dann adis würde ich sagen wir haben die stunde fast geknackt wahnsinn wenn wir beide nur ein bisschen reintauchen wollten so ein paar erste drücke sammeln wollten aber gut jetzt ist die große frage also die die nächste folge kommt wieder mit dennis und felix dann kommt ja irgendwann von uns richtung späten dezember der jahresrückblick aber haben wir dazwischen noch eine ich glaube schon oder eine folge haben wir noch ja das weiß ich gerade gar nicht müssen wir noch mal besprechen glaube ich über das zeitlich unter mit weihnachten und das ist ja immer ein bisschen schwierig aber ihr hört uns auf jeden fall irgendwie noch mal dieses jahr genau und selbst wenn wir nicht mehr mit einem retro cars dieses jahr dran sind dann könnt ihr euch auf nächstes jahr freunde wir spoilern jetzt ein bisschen denn wir haben nach anderthalb jahren wartezeit unsere lieferung von limit run games bekommen und werden als nächsten retro titel kann ich glaube ich jetzt einfach mal so behaupten werden wir dragon view besprechen den das snes rollenspiel genau noch ein super nintendo rollenspiel und ein ziemlich interessanter ja ein sehr aber das ist dann für retro fans wahrscheinlich frühjahr 2024 dann thema gut dann adis es war mir ein fest gleichfalls und wir schmeißen euch jetzt raus mit der üblichen abmoderation wenn ihr euch der podcast gefallen hat wenn ihr mehr von uns hören wollt und so weiter und so fort freuen wir uns über eine gute bewertung bei den gängigen streaming anbietern itunes spotify dieser amazon music und 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 was es nicht noch so alles gibt empfehlt uns weiter schaut wenn ihr lust habt über die folgen zu sprechen bei uns ins entauer forum wenn ihr selbst einen vorschlag machen wollt welche themen wir besprechen sollen ihr lob oder kritik abgeben wollt ist der vorschlagsbereich im entauer forum da dort gibt es einen extra beitrag für den podcast der ist ein bisschen tot also der wird in letzter zeit kaum noch genutzt was ich ein bisschen schade finde da war der hatte mal so eine etwas lebendige phase wo einige vorschläge kamen von dem wir auch den ein oder anderen immer wieder mal aufgegriffen haben aber also wenn ihr was hören wollt oder was besprochen haben wollt dort reinschreiben ansonsten würde ich sagen ja das hatte ich jetzt gerade schon verabschiedet gott man merkt ich muss hier noch mal ein bisschen trinke ich glaube ich gerade zu wenig wasser oder so bis zum nächsten mal auf wiedersehen tschüss